Wollen wir sie wieder da? Was machst du für Sachen? Welcome back. Ich hab dir ein bisschen Mörderboden hingestellt. Und jetzt möchte ich von dir ein Slow-Feld haben. Du weißt schon, dass ich sie wieder aufbauen kann. Au. Habe ich vergessen. Gib mir ein Slow-Feld. Beide davon. Das war ein Upgrade, kein Slow-Feld. Dennis, nicht weggehen. Du hast versehentlich geupgradet, ich hab uns ein Upgrade zu bauen. Au, das... Wenn du noch Geld hast, ich bräuchte dir auch noch eins. Wenn du noch Geld hast, du siehst mein Geld. Wo mein... Ja. Und dann eben noch die Ecke. Ja. Und die anderen Ecken? Äh, soweit kommen die sowieso hin. Nein. Wenn du meinst. Das schwör ich. Bisher hat noch nicht mal jemand bis zur ersten Ecke geschafft. Und das soll so bleiben. So, bin out of running now. Hoffentlich ist das Slow-Feld beim Holo jetzt kein Fehler gewesen. Wenn ich da jetzt langsam mal durchschieße, ist das durch. Also wenn du drauf stehst, dann ist das definitiv... Ja. Dann stelle ich mich halt nicht direkt dorthin. Was soll's. Was kommt denn jetzt? D und D. Ach, die sind klein. Ist das wirklich langsamer? Wenn ich mich sicher... Mach's auf Stufe 6 und schau nach, ob's langsamer ist. Ja, das ist durchaus möglich. Ups. Das ist ungünstig. Weil diese kleinen Fissen helfen. Die ist im Warten. Die ist im Warten. Stimmt, das kann ich gleich auch schlau. Dann einfach hier. Ja, man ist doch dann langsamer. Äh, stellt sich einfach hier hin. Hm, das ist eigentlich immer schlecht. Äh, auf, nach oben. So. Oh, noch ein Fluggegner. Das wird ein Spaß. Was, Fluggegner? Oh. Ja. Die die immer so schön ausweichen. Ich glaub, sie nennen sich. Ausweichen. Die Hellen halten einfach sogar einen Schuss aus. Na, zack. Oh. Außankret. Eh nicht. Ja, also bei mir schon. Komm, ganz schnell rein. Das ist nicht gut. Ich glaub, unsere Luft ab. Konsentrier dich auf die Luft. Ich glaub, unsere Luft abwärts. Nicht ausweichen. Verletzer ballern die ganze Zeit nach unten statt nach oben. Und treffen nicht mal von der einen Seite. Sure. Achso. moy Helsinki. ab heute geht es dir denn so nur vorbei da kommen schon wieder solche er geht es super sehr schön dass es dir toll geht so wieder auch noch mal geht es alles toll was habe ich genau was habe ich genau das ist 1100 geld nennt man einfach mal geld die mörserfelder immer weiter warum kannst du das selber bauen weil sie jetzt weiter gekommen sind was hatten die davor auch schon ich habe keine Ahnung vor allem das war keine bitte das war eine frage so hey ich hatte erstmal vor bei mir mal alles abzubringen also nein boah machst du auch 8000 da krieg bei denen keine ahnung ich schau nicht drauf 10.000 wow das das was was das ist das das was das das Ok, alle tot! 5 Blöcke habe ich bekommen. Ich wollte mich doch mal mit Leben abfahren. Hey, ich kann dich schon noch nicht abschießen, wenn du da stehst. Weißt du, erst kommen die da und dann drehe ich mich einfach rum und dann kommen die da. Ey, warum machst du hier denn auch so ein Feld hin? Wenn du dort drauf stehst, während du den Hole benutzt, ist das so. Ja, aber ich kann doch hier stehen. Gut. Dann baue ich dort hin. Ich stell mich da noch nicht drauf. Ja, ich wusste es doch, du wähltest hier den ganzen Scheiß ab. So, dann schaut bei dir gleich viel zugebaute aus als bei mir. Ich möchte den Gegnern Aua machen. Ich möchte, dass meine Trauer das wohl gemacht hat. Hä, ich meinte ja nicht, dass ich selber den Aua mache. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, da kommen die Blockierer. Die haben aber nicht so sehr blockiert, wie sie es vielleicht eigentlich sollten. Oh, gut. Ich kann es noch 850, das ist auch kein Kürz-Dich-Dich-Dich-Dich-Dich. So, was kommt denn jetzt für Dirk noch? Der da, der da und der da. Okay. So, wie ist die Helle? Kein Kohle mehr. Kein Kohle? Kohle, 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 Kohle. Wann kommen die denn da raus? Da hin, wo sind sie da? Ah, da ist schon der erste. Die ersten. Beiden. Lecker Wanderer und Vollzone. Ah, sie laufen nirgendwo hin. Das war's schon. Kommt nicht. Max. 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 Das war's schon der erste. Fünf. Obwohl, ich kann eigentlich noch irgendwas upgraden. Wer macht denn noch? Aua. Oh gut, der ist schon auf. Der da. Der da ist schon auf. Da ist schon einer auf fünf. Sie werden nämlich langsam zu schwach, um den Gegnern überhaupt noch Schaden zu zutriften. Wo sind die Gegnerz? Wo sind die Gegnerz? Da ist ein Gegnerz. Den tue ich gehnatzen, den Gegnerz. Da werde ich gehnatzt, du Gegnerz. Die Zerplatzer kommen ganz schön weit. Bis zur dritten Kurve ist der Einring. Ich glaube nicht. Weck den. Das braucht mehr Abwehr. Zur dritten Kurve. Ja, das haben wir mit der Leiche. Was zählst du denn als dritte Kurve? Schau mal seine Leiche. Da. Okay, soweit kam der bei mir nicht. Ja, ich würde voll sagen. Ich habe auch richtig drauf geschossen. Und vielleicht ist das der Unterschied. Ich sollte auch mal auf ihn schießen. Danke fürs Upgrade. Alter, ich bin schon rot. Natürlich. Dafür habe ich bei der zweiten Hälfte noch gar nichts verloren. Vorbei, ich glaube, das mache ich jetzt. Ja, ich baue lieber alles voll, grade dann nur einen Teil ab und dann bleibt der andere ewig auf eins. Hier kommt jetzt die Streu-Laser-Wall. Auf Doom. Ja, bei dem Gegner... Es muss schon alles auf Doom sein, ja? Ansonsten geht das hier nicht. Luft wird jedenfalls das größte Verwaltung, wenn ich... Woher steht das noch? Gute alte Doom. Ich glaube, die Doom-Like-Dungeon sind, glaube ich, auch schon geupdated für die 1.9. Okay. Das ist jedenfalls sehr impagmatisch. Ja, langsam werden immer mehr Mods geupdated. Oh nee, ich brauche einen neuen Verkauf. Ja... Habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass bei Amnesty-Mod diese... ...diese Dimension nicht mehr existiert, die da eingebaut hat? Ja, ja, das sagst du. Die eine von dieser Himmelsinsel aus erreichbar war mit diesen Amethysten oder so. Ja, ja, mit Histen gab's nur da, aber... ...das haben die ungeändert durch sie jetzt im Moment. Gut. Aber irgendwie schade, ich fand den Ort nämlich... Ja, der Ort, der hat... also ich hab im Wiki nachgelesen, der hat zu sehr rumgelegt. Und deswegen haben die dann rausgelegt. Alsonsten, ich könnte mir schon vorstellen, dass die das irgendwann nochmal als eigenständigen Mod machen, oder das ist quasi ein Addon. Ein Addon. Wenn man den auch haben kann. Oh, ich hab... ich hab jetzt genug Dodgers getötet. ...Flyce Water Achievement. Ich weiß gar nicht, ob es den damals schon gab, aber es gibt einen Biom-Finder. Na ja, als Item, oder was? Oder? Das ist... ne, das denk ich nicht, kenn ich nicht. Ja, der ist so vom Design her wie ein Kompass. Und da gibt's so Biom-Essenzen, die werden von so speziellen Steinen, die es wahrscheinlich damals dem anderen Biom gab, aber jetzt im End sind, äh, getroppt und, ja... Ja, also du kriegst quasi Essenz von jedem einzelnen Biom und das kombinierst du mit diesem Radar und dann zeigt es jedem an, wo das Biom ist. Mhm. Also ganz praktisch. Bei mir findet er immer nix, weil ich nur Extreme Hills hab. Nein. Und das hab ich bislang da noch nicht rausbekommen. Das ist ein anderer Welt. Also eigentlich ist das kein normal Spawn des Biom. Ja. Da ist nämlich gar nix in dem Biom. Aber könnte man eigentlich super jetzt für Skyblock-Maps verwenden einfach. Biom the Void und dann ist kein Problem mehr. Na. Dann passt jetzt nicht, dass irgendwann was generiert wird. Was man eigentlich gar nicht möchte auf einer Skyblock-Map. Ach, haben wir doch das Fliegen gekommen. Hab ich grad auch voll verplant. Ja, hab ich vorhin auch voll verplant, aber die sind glücklicherweise gestorben nach meinen 10.000 starken Verletzern. Und wenn man sie vorlitten kann, sie nicht voll aufzufrieden. Los, sterbt alle! Alle sterben! Und das während ich in der Luft bin. Und dann tue ich doch mal ne Pistole. Die Sporenpötter werden auch. Der Pistole kann nicht sterben. Haha, ich glaub das geht bei der Entfernung nicht. Ich hoffe, die fliegen ziemlich niedrig. Ja, okay, wenn du meinst. Wenn du meinst, dass du Erz abbaust, dann tu das. Ne Welle, nur mit Fluggegnen. Und ich glaub die haben die Sporenraten von diesen Erzen, von diesen besonderen Erzen erhöht. Zumindest hab ich damals nie welche gefunden. Und dann bin ich kurz in so ner Welt drin, geh runter in ne Höhle und find direkt so eins. Die ganzen Toparze, ich glaub Toparze war das, was ich da gefunden hab. Amethysten. Ne, Amethyst ist ja Only Ender. Only Ender, Only End. Er möchte einen schönen Ender-Ammethysten haben. Vor allem davon kann man ja jetzt unendlich farben, weil das End ja unendlich groß ist. Jetzt. Äh, echt? Ja, hast du nicht die Videos zum Snapshot 1.9 gesehen? Nein. Nein hab ich nicht. Drück mal Enter. Es gibt im End, wenn du Ender-Drachen besiegt hast, spawnen Teleporter, der dich an einem anderen Punkt des End teleportiert, wo sich weiter die Welt generiert. Oh, war das das wohl so? Kennst du nicht die neuen Elytra? Die kriegst du da. Ach so, ja doch, das hab ich schon mal gesehen. Ob mich nur nicht mehr dran erinnert. Oh, es kommen Only Fluggegner. Ja, das wird sehr witzig jetzt. Los Holo, walte deines Amtes und lass mich one-hitten. Oh, warte, ich sollte dabei immer springen. Haha, du brauchst das noch. Ja, natürlich brauch ich da noch. Versuch mal mit der Sniper einfach gedrückt zu halten und trotzdem mit jedem Schuss zu treffen. Ah, ja, klar. Braucht mal, bis er sehr viel lang. Wenn viele Schuhe in einander sind, dann geht das. Wer wird die Gegner einfach schon sterben, bevor ich drauf schießen kann? Oh, jetzt war es schon. Zwei Drittel. Meine guten alten Verletzer. Tut den Gegner schön weiter weh. Und bei der Welle? Brauchen wir ein Upgrade. Du brauchst ein Upgrade? Actuated? Ja, ich upgrade immer lieber den Mörder. Sag, wenn du noch bessere Verletzer haben willst. Ich hätte gern besseres Laufgeld. Du brauchst Geld dann. Oh. Oh, gut. Okay. Das lässt sich dann natürlich auch regeln. Wenn ich wieder Geld hab. Also nicht jetzt. Auch. Nein, nicht jetzt. Heute nicht. Ich bin hier gerade noch so rum und brauche Boden. Ich bin Fliesenleger geworden. Sehr große Fliesen. So groß wie so ein Quartalteam. Ja. Jeder muss aus seiner Berufung folgen. Das war schon der Coole. Finden. Das war schon immer mein Pfarrer. Whatever. Da kommt wieder Fliegende. Ja. Ich kann sie ganz da hinten sehen, wie sie von unten hochsteigen. Ah, da kommt noch rein, wenn die Boden geht. Die Luft ist komplett rein, schon alles zu mir. Was ist bei dir schon alles hinüber? In der Luft schon, ja. Oh, da kommen ja die. Okay. Explosionen. Mit massig Damage. Ja. Dann kriegt man seine. Oh. Oh, hier sind schon alle tot. Oh, bei dir auch. Sehr schön. Gut. Und damit ist der Part zu Ende. Tschüss. Tschüss.